Das Unternehmen EGO ist ein Startup-Unternehmen, das die Elektromobilität mit seinen Elektrofahrzeugen revolutionieren möchte. Hierfür wurde uns die Aufgabe gestellt, eine Marketingstrategie zu entwickeln für das Elektrofahrzeug EGO, um hiermit eine Markteintrittsstrategie für den europäischen Raum zu entwickeln. Die größte Herausforderung war ganz klar die virtuelle Teamarbeit, aber letztendlich haben wir das ganz gut gemeistert. Hierfür wurden wir in Teams eingeteilt, in denen wir in Form von Werbeagenturen dem Management unserer individuellen Marketingstrategien präsentierten. Robeid Die größte Herausforderung wird im Hanggeimal dem mit diesem Zusammenklappen möglich, dabei sich eine elektrofahrzeug ausdbrüche und den withouten gab es Insides decliniert. So auf möchten wir mal gerade einen Schlapper herausfragen. Bis zum nächsten Mal. E Connie Untertitelung des ZDF für funk, 2017